Minecraft Ich will noch keine Ahnung, was hier reinkommt Aber Ich will, dass hier eine Tür hinkommt Was auch immer da reinkommt, hier ist eine Tür Und die führt Aufs Dach Ich komm nicht raus Fliegend ist das nicht so leicht Okay Und deswegen will ich hier ein kleines Holzgeländer mal aufbauen Damit man hier quasi so eine Terrasse hat im Grunde Hier sind die Soldatenschlafquartiere nebenan Die werden sich freuen, wenn hier auf der Terrasse Party gemacht wird nachts So ist es eben manchmal Tut mir leid Ich habe so einen Trauenhalt Es ist wirklich unangenehm Könnte auch höher hängen, oder? Sieht doof aus, ist zu niedrig Muss höher Tür Tür Machen wir Machen wir eine fancy Tür Ich habe hinten eher die nicht fancy Türen benutzt Bei den Soldaten Aber hier ist jetzt fancy Bereich So ein bisschen zumindest Ich habe mir gedacht, dass hier vielleicht entweder Bedienstetenquartiere und oder auch die Küche oder sowas reinkommen könnten Das könnte ich mir ganz gut vorstellen Mann, ich bin aber echt heiser heute Furchtbar So Jetzt nehmen wir mal hier Auf jeden Fall Ja gut, okay Hier habe ich schon mit dem Holz angefangen Dann machen wir hier auf der Etage mal Holzboden rein Das ist eh okay Warum nicht? Machen wir das mal Und dann kommt nicht weiter Nicht sehr viel weiter drunter Die nächste Etage schon mit dem Ausgang nach draußen Und wie wir dann nach unten weitermachen, können wir mal schauen Würde ich sagen So Noch ein bisschen Noch ein bisschen So Okay Fertig Wo wir dann die Treppe nach unten machen Ich bin mir noch nicht sicher Wahrscheinlich hier Ich hau hier mal auf Ich könnte auch mal ein paar Fackeln aufhängen Dann sieht man vielleicht sogar was Tada Es wäre Licht Schützt eure Augen Das Licht geht ganz schön an die Augen Und dann seid ihr blind Das sind nur mal Platzhalterfackeln Da kommt wahrscheinlich noch eine andere Beleuchtung rein Aber der Raum ist ganz schön hoch und so Vielleicht Weil wenn ich jetzt hier den Boden mache Ach, ist eigentlich auch noch hoch genug Das sind vier Blöcke hoch Das passt wunderbar Das muss gar nicht höher sein Können wir alles reinbauen Was wir wollen Vielleicht nicht gleich so einen pompösen Deckenleuchter Oder irgendwas in der Art Aber vier Blöcke hoch Das ist eine super angenehme Höhe Wenn ich so in In Survival Minecraft Meine erste Höhle baue In der ich mich nachts verkrieche Dann ist das meistens höchstens Drei Blöcke hoch Zwei Blöcke finde ich unangenehm Weil da ist die Decke direkt über dem Kopf Aber drei Blöcke finde ich schon eine angenehme Höhe Und vier Blöcke ist super Vier Blöcke ist super Guckt Das ist eine gute Raumhöhe Ich glaube das ist eine realistische Raumhöhe Wie hoch sind denn Räume in Wirklichkeit? Naja wahrscheinlich eher so drei Meter Oder? Wenn überhaupt Wenn nicht nur zweieinhalb Keine Ahnung Kommt wahrscheinlich auch immer drauf an Ob man Eine Altbauwohnung hat Oder nicht Aber zwei Meter hoch Ist in Minecraft Zumindest schon extrem niedrig Weil man halt einfach Einen zwei Meter großen Charakter spielt Und hier wäre dann die Treppe Nach unten wieder Das würde ganz gut passen Die Treppe könnte dann direkt hier Mit der Schräge der Wand Entlang laufen Dann könnte man den nächsten Boden Ungefähr hier einbauen Und dann wäre mindestens noch Platz für eine Raumhöhe glaube ich Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Dann machen wir bei sechs nochmal einen Boden Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mach mal hier Das kommt mir richtiger vor Keine Ahnung Achso Wobei jetzt sind wir in diesem großen langen Raum Da ist die Frage Ob ich hier eine Mauer ziehen will Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher Wie genau wir das dann hier machen Ich meine Wir können hier eine Mauer reinziehen Ist ja wurscht Wir können hier auch einen pompösen Gang machen Aber ehrlich gesagt Einen pompösen Gang Weil hier Jetzt passt mal auf Ich kann es euch kurz zeigen Was hier drin ist Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht Da ist ein Soldat Der Bomben rauswirft Wenn man Pfeile reinschießt Oder so Im Spiel Aber hier ist eigentlich Der Thronsaal quasi Offensichtlich Wenn man hier durchs Fenster guckt Zieht man im Spiel Ganondorf Den Bösen Wie er auf einem Kniet Und quasi gerade die Treue Schwört Dem König Und da guckt er zum Fenster Und grinst böse Mäh 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 Das heißt Das hier wahrscheinlich Irgendwo der Thronraum sein müsste Vielleicht hier Das alles So ganz pompöser Thronsaal Und hier würde ich Dann eben So einen pompösen Flur Zum Thronsaal machen Wahrscheinlich Keine Ahnung Und Das ist eine interessante Achso Das ist die Treppe Nach oben In diesen In diesen Bereich hier Aber so viel Ich bin gerade überfordert So viel Möglichkeiten Das ist ja unglaublich Ich glaube ich beleuchte einfach Fürs erste Mal alles ein bisschen Dann kann man sich vielleicht auch Einen besseren Überblick verschaffen Ich meine hier drin wird noch sehr viel rumgebaut werden Ach ja Ich habe mir was mit dem Wasser überlegt Ich fände es nämlich ganz cool Wenn das Wasser Dasselbe Wasser wäre Wie hier im Burggraben durchfließt Da könnte man eine Verbindung Zwischen den beiden Wässern machen Irgendwie Wenn das hier so nach vorn fließt Und hier so ums Eck Und hier raus fließt quasi Könnte man das hier eigentlich Ganz schön verbinden Dann hat man innen halt Quasi so einen kleinen Kanal Der mit schönen Brücken Überbrückt wird Oder irgendwas Hier ist so viel Fläche Ich könnte hier echt Irgendwie eigene Räume einbauen Die Küche zum Beispiel Könnte auch viel näher am Thronsaal sein Die könnten wir hier überall hin platzieren Hier ist Platz für eine ganze Stadt drin Man könnte hier so viel Räume machen Einzelne Das ist ziemlich crazy Und cool Mist Jetzt habe ich meine Fackeln überschrieben Mit dem Stein Ich bin zu faul Um zu Menü zu gehen Um mir eine neue Fackel zu suchen Ich kopiere einfach eine von hier oben Ja Okay Machen wir einen Doppel-Eingang Sieht pompöser aus Tür So aber jetzt wartet mal kurz Wenn quasi alle Besucher Den Eingang hier benutzen Und hier ist da eine Tür Und hier ist da eine Tür Die da hinführt Und das hier wird verlängert Weil als ich das hier so gebaut habe Wie es jetzt ist Habe ich noch nicht dran gedacht Also da war das alles noch ganz anders geplant Deswegen könnte man theoretisch das schon verlängern Wir haben jetzt nämlich rundherum noch genug Garten Da muss hier nicht ganz so viel Gartenfläche sein Und wenn ich das hier ein bisschen aufbrechen würde Nur ein bisschen Wäre hier auch die Verbindung zum Garten gar nicht abgebrochen Nur so hier ein bisschen Eck aufmachen und fertig Könnte man schon drüber nachdenken Und dann geht das hier noch so lang Hier ist dann quasi so ein kleiner Innenhof noch frei Aber nicht zu hoch Das dürfte nicht zu hoch sein Ich würde sagen Ungefähr die Höhe von dem hier So Das könnte man schon noch machen Dann irgendwie noch ein schönes Dächchen drauf Das man nicht sieht Wenn man draußen vor der Mauer steht Natürlich Muss ja alles originalgetreu bleiben Aber ansonsten fände ich das jetzt gerade gar keine so blöde Idee Ich glaube das machen wir Ist das richtig? Ja, entscheidend Ich glaube das machen wir Ich glaube das gefällt mir besser Ich glaube das gefällt mir ganz gut Ne, weil ich fand das schon immer komisch Dass die Dass da bei diesem pompösen Tor Also pompös Aber dieser schöne Eingang Den ich hier gebaut habe Dass das nur in so einen relativ kleinen Bereich führt Ich meine da geht es hoch nach oben noch Hier habe ich mal ein kleines Loch gemacht Wenn man hier noch Da könnte man bis hoch in den hohen Turm quasi theoretisch Also das ist theoretisch schon groß Aber dass dann keine Verbindung zum Thronsaal und so besteht Sondern dass der Thronsaal da hinten Wenn man Also da muss man erst eine Viertelstunde durch den Dreck latschen Und dann kommen wir hier zu einer Tür Das finde ich komisch Sollen wir lieber den schönen Haupteingang benutzen Und dann hier durch eine Tür durch Ne Ich glaube das ist besser Und so machen wir das auch Ich werde das schon mal andeuten Ne Weil der Weg zum Thronsaal Der darf hier ruhig total lang sein Und man kommt da durch die schönst geschmückten Und pompösen Und bescheuertsten Räume durch Damit der Herrscher seine Wahre Bedeutung und Macht Seinem Besucher präsentieren kann Und dieser ganze Bullshit halt Genau so machen wir das Ich denke mir das immer bei so Eben so mittelalterlichen Königen Aber grundsätzlich bei so Herrschern Auch bei Regenten von irgendwelchen Ländern Also Ich meine die sind ja quasi faktisch eh schon die Regenten von irgendeinem Land Das ist ja schon eine Position Wo jemand mit so einer Persönlichkeitsstruktur Der unbedingt viel Macht braucht Und so Sich was drauf einbilden kann Ist ja eh schon schön Aber warum sind die dann noch so drauf besessen Allen anderen ja zu zeigen Wie mächtig die wirklich sind Und gerade so komische Diktatoren Die sich dann ihre eigenen Militäruniformen Mit ihren eigenen tausend Medaillen Die sie sich selbst ausgedacht haben basteln Da denke ich mir immer Mann Leute Was für ein kaputtes Ego haben die eigentlich Die müssen nicht nur sich selbst Sondern der Welt unbedingt auch noch ständig beweisen Dass sie auch wirklich wichtig sind Ne Es reicht ja nicht Dass man der Diktator von irgendwo ist Oder der Präsident Oder was weiß ich was Man muss sich das auch ständig wieder neu beweisen Und allen anderen Weil sonst ist es ja nichts wert oder so Das sind schon immer Das sind schon immer Psychen Die will man nicht zu sehr reinschauen irgendwie Das ist Ja Kann einem auch irgendwie leid tun Wenn es nicht so gefährlich wäre Könnte es einem auch irgendwie leid tun Also wenn die Positionen die sie haben Nicht so gefährlich wären Und das noch in Kombination mit der Persönlichkeitsstruktur Das ist ja eben das Problem So wie mache ich das jetzt hier Schauen wir mal Schauen wir mal Jetzt baue ich mal Jetzt machen wir mal gemütlich hier Das Dach Guckt ihr noch diese ganzen Marvel Kinofilme Ich irgendwie gar nicht mehr Ich habe den ersten Avengers ganz gut gefunden Ich fand den ersten Guardian of the Galaxy ganz gut Und alle anderen fand ich eigentlich nur so Mittel bis schlecht Den ersten Thor Film Boah So stinklangweilig Unglaublich Also den fand ich furchtbar Furchtbar langweilig fand ich den Ganz schlimm Iron Man Die Filme fand ich auch nie so gut Da finden viele irgendwie nur manche gut Und andere weniger Ich fand die alle nicht gut Das sind glaube ich einfach nicht meine Filme Ich fand wie gesagt Den ersten Avengers echt unterhaltsam Aber das war glaube ich auch so ziemlich der einzige Den ich gesehen habe Der wirklich Ebenso unterhaltsam Actionkinomäßig war Und den ersten Guardians of the Galaxy fand ich nett Weil er was Neues war Aber dann irgendwie schon nicht mehr Und auch da fand ich schon manche Sachen Eher doof wie cool Aber naja Auf jeden Fall Ne Ist nicht meins irgendwie Da gefällt mir ehrlich gesagt Die Umbrella Academy Auf Netflix besser Wobei ich da auch das Ende Nicht so gut gelungen finde Naja Mal schauen Vielleicht Kommt drauf an Was die in der zweiten Staffel draus machen Aber das Ende der ersten Staffel Fand ich ein bisschen Nicht so toll Da hätte ich mir was Epischeres gewünscht Aber gut Trotzdem eine coole Serie Und American Gods Hat einfach wirklich Style Der hat einfach wirklich Ja wirklich Stil einfach Der hat so Schöne Tolle Und auch beängstigende Bilder Der setzt es so schön in Szene Und auch die musikalische Untermalung Ist so toll Dieser Ich weiß gar nicht Wie man diese Musik Nennt Dieser Ich glaube jeder weiß Was es ist Wenn er es hört Jeder kennt Diesen abgedrehten Psycho-Jazz Oder sowas Mit diesen lauten Schrillen Quietschgeräuschen Wenn ihr Deadly Premonition Gespielt habt Und wenn nicht Dann macht das unbedingt Das ist absolut großartig Wenn ihr Also das Spiel an sich Ist schrecklich Aber die Inszenierung Und die Story Und die Charaktere Sind so gut Dass es sich lohnt Sich durch das schreckliche Gameplay zu quälen Aber Deadly Premonition Hat ganz viel von diesem Abgedrehten Saxophon-Psycho-Soundtrack So ein bisschen Noirmäßig Nur eben So richtig Abgedreht Wie wenn In so einem Noir-Detektiv-Film Der Der ermittelnde Detektiv Gerade Nen Fiebertraum hat Wo ihm alles Unterkommt Und dann Wacht er auf Und hat irgendwie Neue Kombinationsmöglichkeit Für die Beweise Und hat den Fall gelöst So ungefähr Und diese Musik Die während dieses Abgedrehten Psychotraums Spielt Die meine ich Ach ja Das ist abstrakt Aber vielleicht Wissen manche von euch Was ich meine Und andere Haben eine ganz andere Idee Aber glauben Dass sie wissen Was ich meine Das ist ja immer Das Problem bei Sprache Die ist so limitiert Vor allem meine Das ist Das ist immer das Problem So Was jetzt Wie mache ich das Dach Jetzt weiter Ich habe schon So eine Idee Wir machen hier Ein Spitzdach Bis ganz oben Hey Kannst du jetzt mal Danke Ach come on Das ist aber Gerade Gerade will es mich Wirklich ärgern So Genau Oh Das führen wir jetzt Glaube ich Noch oben fort Auch wenn es dann Sehr hoch wird Aber es dürfte Nicht problematisch sein Wenn man hier steht Am höchstmöglichen Punkt Eigentlich Dürfte man das Glaube ich Trotzdem nicht sehen können Nee Glaub nicht Ach ja Türme Ich sollte noch Solche Türme Eigentlich an die ganzen Ecken an der Mauer Entlang bauen Müssen wir fast machen Müssen wir fast noch machen Das hilft nichts So jetzt Ich will doch nur Eine Treppe Die richtig steht Damit das Licht Angeht Und wir weiter Bauen können So Oh Gott Leute Ich gucke gerade Auf die Uhren Es ist schon wieder Soweit Es ist schon wieder Zeit Die Folge zu beenden Ich hätte jetzt gern Das Dach noch weiter gebaut Aber ihr wisst ja Mein Zeitplan Ist knapp Und eng Und da Passt Da passen Keine extra langen Folgen rein Nee Nee Na gut Dann Ja So Machen Wir jetzt Aber Schluss Mit lustig Und Morgen So Schluss jetzt Morgen machen wir weiter Morgen machen wir das Dach Machen wir das Dach Hier fertig Und dann haben wir Ganz neue Innenräume Ganz neu Ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten Für innen Das wird cool So Ciao Bis dann Macht